Der geheime Plan des WEF. Der WEF-Gründer Klaus Schwab zeigte sich offensichtlich erfreut darüber, dass viele Young Global Leaders inzwischen, Zitat, die einzelnen Regierungen penetrieren. Penetrieren, man, Alter. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Nährung und Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein an, welches heißt, rein an, I don't know, bro. Wir ziehen uns ein Video an, rein, drin. Welches heißt, der geheime Plan des WEF. Dieses Video musst du vor der Europawahl sehen. Von Meet Your Mentor. Und zwar ist es ein Talk von Hoss und Hopf. Und da gehen wir jetzt rein. Ich liebe euch, lasst Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentarchen und abonniert diesen Kanal. Ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Und los. Es geht nicht darum, dass die sagen, wir nehmen nur linke oder rechte, sondern wir nehmen sie alle. Ja, von jeder Richtung. Wir stecken sie in alle Parteien rein. Ich möchte da auch ein Originalzitat von Klaus Schwab jetzt vorlesen. Der WEF-Gründer Klaus Schwab zeigte sich offensichtlich erfreut darüber, dass viele Young Global Leaders inzwischen, Zitat, die einzelnen Regierungen penetrieren. Penetrieren, man, Alter. Originalzitat, We penetrate the cabinets. Also, sie kommen, sie penetrieren mit ihren Soldaten, die sie... Auch die AfD. Ne? Mein Jutzer. Ich glaube, er ist auch ein krasser AfD-Supporter, oder? Und, äh, ja. Da haben die sich bestimmt auch schon reingeschleust, auf irgendeine Art und Weise. ... ihre eigenen Ziele ideologisiert haben. Ja, die sind nicht links-rechts ideologisiert, sondern auf die Ziele des WEFs dort ausgebildet. Mit denen penetrieren sie die Kabinette der Politik und infiltrieren sie damit. Und das in allen Parteien. Das ist schon sehr, sehr interessant und auch wichtig für die Leute. Das ist ja auch das große Problem, wenn du in Deutschland einen deutschen Politiker wählst, dann möchtest du, dass dieser, der in Deutschland gewählt ist, deutsche Interessen und das Beste für Deutschland umsetzt. Du möchtest nicht, dass diese Person in irgendeiner Weise indoktriniert von einer globalistischen Agenda, die vielleicht gegen dein eigenes Land geht, dort dann Politik umsetzt. Dafür hast du... Dazu müssten halt Politiker... Also... Dazu müssten halt Politiker auch erstmal überhaupt... Also... Das ganze Politik-Thema ist auch eigentlich nur ein Zekus, meiner Meinung nach so. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube nicht daran, dass die Politiker wirklich Entscheidungen treffen können. Vor allen Dingen nicht in Deutschland so. Wir müssen erstmal alle Entscheidungen sowieso mit Papa Amerika absprechen. So. Erstens. Und zweitens sind die Firmen diejenigen, die das Geld haben. Diejenigen, die die Industrien beherrschen. Das sind diejenigen, die maßgeblich entscheiden durch Lobbyarbeit etc. In welche Richtung die Politiker gehen oder nicht. Die sind alle auf eine gewisse Art und Weise gekauft. Die sind alle manipulierbar. Und die haben alle nichts mit dem Volk zu tun. Man müsste das ganze System nochmal überdenken und sagen, okay, die Leute, die uns regieren, was eh komisch ist, wenn ganz wenige Leute, ganz viele Leute regieren sollen, da bin ich eh kein Fan von. Aber wenn das so ist, dann sollten das wenigstens Menschen sein, die mit uns auch irgendwas zu tun haben. Die wir vielleicht sogar persönlich nicht kennen. Wo wir wissen, was ist das für ein Mensch? Was hat er für ein Herz? Wie behandelt er seine Familie? Weißt du, wie ich meine? Was ist das für ein Mensch im Kern? Und erst wenn es ein guter Mensch ist, der ein gutes Herz hat, der gute Intention generell im Leben hat und ein bewusster Typ ist, würde ich ihm vertrauen, dass er Entscheidungen trifft für andere Menschen. Aber die Politiker, die wir heutzutage haben, sind ganz weit weg davon. Die haben mit uns eigentlich nichts mehr zu tun. Du hast sie nicht gewählt und du hast auch nicht geplant, mitgeplant oder mitgewählt, was diese globalistische Agenda ist, sondern dir ist es wichtig, dass dein Leben in deinem Land besser wird. Und das ist ja das große Problem hier. Die sind ja nicht abhängig davon. Weißt du, die Leute müssen auch verstehen, Politiker sind nicht davon abhängig. Die sind nicht von den Spritpreisen abhängig. Die sind nicht von den Gaspreisen abhängig. Die leben nicht denselben Struggle, den wir leben. Die wissen nicht mal, was Spritpreise sind, wie viel Gas kostet und Strom etc. Die kriegen doch alles bezahlt. Die haben ja keine Ahnung, was der Bürger eigentlich durchmacht. Deswegen können die gar nicht uns vertreten. Das müssten welche von uns sein, die uns vertreten. Ich würde sagen, Philipp, kommen wir mal zum jetzigen WF. Denn der WF hat immer jedes Jahr ein anderes Thema. Bevor wir zum Thema kommen, ich habe mal so einen kleinen Ausschnitt von der Opening-Rede von Klaus Schwab, dem Gründer vom WF. Können wir ganz kurz einmal hier einblenden? Oder jetzt kommt wieder das miese Englisch von Klaus Schwab. Der hat Englisch studiert, bro. Ich kann das nicht eins nehmen, wenn der Human History sagt, ne? Facing Challenges that are as diverse as they are. Bruder, ich habe ein Jahr keine Eier gehabt, englische Videos zu machen, weil mein Englisch Trash war, ne? Wenn ich ihn jetzt reden höre, der einfach so ein World Economic Forum anführt, dann frage ich mich, warum hast du überhaupt gestruggelt, bro? The special role of the World Economic Forum is not to look just at one single issue. It is a place where at the beginning of the year we come together to analyze the state of the world in a systemic and strategic way and hopefully to find common ground to generate positive impact. Also Klaus Schwab sagt hier wortwörtlich, das ist nicht von letztem Jahr, nicht von vor fünf Jahren, das ist von diesem Jahr. Ich zitiere, die spezielle Rolle des WEF ist nicht nur ein isoliertes Problem, das man sich anschaut, sondern es ist ein Ort, bei dem am Anfang des Jahres der Status der Welt in einer systematischen und strategischen Weise analysiert wird und hoffentlich ein gemeinsamer Nenner gefunden wird, um gemeinsam Positivität zu finden. Also, es wird die Welt systematisch und strategisch analysiert, um dann auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, um, ja, Positivität, also einen Plan, einen Weg zu finden. Das sagt Klaus Schwab selber. Sehr schön ausgedrückt, ne? Öffentlich, in diesem Jahr. Ich finde, es ist sowieso, Kean, das ist ja etwas... Blog sagt gerade, wenn er jetzt noch deutsche Wörter eingebaut hätte, wäre ich gestorben. Ja, das wäre krass gewesen. Wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, es sind die eben... Es gibt natürlich die Hinterzimmergespräche, die nicht für die Öffentlichkeit bekannt werden, ja. Aber das, was öffentlich gesagt wird, wer euch da noch erzählen will, dass das ein paar nette, alte, weiße Männer sind, wir sehen erstens, sind nicht nur nette, weiße, alte Männer, sondern sie kommen aus der ganzen Welt. Da ist der Perser, der Afrikaner, der Chinese, alle. Alle verschiedene Menschenrassen sind dort vertreten. Es sind nicht nur die alten, weißen Männer. Ja, alle sind dort vertreten. So, und die sagen ganz offiziell, was sie wollen. Sie wollen die Regierungen penetrieren. Sie wollen die Gesellschaft... Wollen rein. Raw. ...erändern. Sie wollen ihre Agenda durchdrücken. Das ist in den Reden ganz oft... Finde das Englisch von Klaus aber gut zu verstehen. Ja, die meisten Deutschen, glaube ich, die selber noch nicht so viel Englisch können oder so viel Englisch sich reingezogen haben, können das besser verstehen, als ein Ami, der schnell Englisch redet. Auf jeden Fall. Das ist ja unser Slang, so mehr oder weniger, weißt du. Sie hat ja gesagt... The half of this cabinet. Bruder, für jemanden, der Englisch kann, ist es halt hart. Vielleicht mal gleich, dass wir zur nächsten Person kommen, die für Deutschland hatte mal eine Relevanz. Jetzt ist sie ja ins Europäische Parlament gegangen. Ursula von der Leyen, für viele bekannt durch den ganzen Pfizer-Skandal, dass hunderttausende Nachrichten zwischen Albert Burla, dem Pfizer-CEO, werden wir auch gleich noch drauf kommen, und ihr gelöscht worden sind, kurz vor der Pandemie, bevor dann Multimilliardenverträge dadurch geschlossen worden sind, dass die Europäische Union entschlossen hat, diese Impfchargen zu hunderttausend und millionenfach von diesen Firmen abzukaufen. Ursula von der Leyen hat eine Rede gehalten. Wir hören uns mal ganz kurz rein. Boah, die ist auch wild, ne? Business Community, the top concern for the next two years. Die hat aber ein stabiles Englisch am Start, die Uschi, ne? It's not conflict or climate. It is disinformation and misinformation. So, die reden über uns. Followed closely by polarization within our societies. These risks are serious because they're exposing the truth and you're gonna be exposed too. That's why you have to fight this. It's a war about free speech, bro. Die wollen halt ihren Schein bewahren. They limit our ability to tackle the big global challenges we are facing. This is a big global challenge. Free speech. Changes in our climate. Uschi, sag mal, wo bist du denn da hingeflogen zum World Economic Forum? Bist du hingefahren mit dem Fahrrad, Digga, oder wie war das? So, sehr interessant und sehr, sehr deutlich, was sie sagt. Sie sagt hier ganz am Anfang, die größte... Ich verstehe kein Wort leider. Echt jetzt, Digga? Wer hat das verstanden? Das ist crazy. Eigentlich müsste man doch in Deutschland eigentlich so weit Englisch können, dass man das versteht, oder? Sehr ehrlich. Wir sind doch eigentlich, obwohl, wenn ich überlege, mit was für Englisch ich hierher gekommen bin, das war auch Trash. Aber normalerweise, wenn du ein bisschen aufpasst, also so grundsätzlich, was die sagen, müsste man eigentlich schon verstehen, glaube ich, oder? Die Gefahr, die wir haben auf der Welt, ist jetzt plötzlich, wohlgemerkt, nicht mehr der Klimawandel. Es ist nicht die Klimasituation, sondern wir haben jetzt eine größere Gefahr. Und das ist die Desinformation und die Fall... Da ist die Übersetzung, mal juts da. ...information. Jetzt muss man... Ich bin froh, dass ich halbwegs deutsch kann. Geil. ...gar nicht wirklich zwischen den Zeilen lesen, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Das ist ein Aufruf zur Zensur. Sie fürchten sich davor, das bei... Das ist halbwegs deutsch. ...spersonale Verschiedene Agendas, die ausgerollt werden, von vielen Leuten, die in der Opposition stehen, entlarvt werden. Das heißt, Leute sagen beispielsweise bei der Klimathematik Und zwar immer mehr Wissenschaftler offiziell auf der Bühne. Nee, sehen wir nicht so. Klimanotstand? Nee, wir sehen keinen Klimanotstand. Also, jetzt bezeichnen sie das Ganze als Desinformation. Das steht natürlich der Agenda zuwider, denn wenn plötzlich immer mehr Leute sagen, nee, 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 das stimmt ja gar nicht, was sie da sagen, dann ist es ein Problem, weil sie brauchen immer noch die Glaubenshoheit der Mehrheit der Leute, die dieser ganzen Agenda blind folgen, die sagen, ja, oh, so ist es, Bro. Das sind die Probleme. Oh, schlimmste Pandemie aller Zeiten. Oh, wir müssen uns alle impfen lassen. Oh, die Migranten müssen wir ins Land aufnehmen, weil das sind alles gebildete Leute, die aus dem Krieg kommen. Und so weiter. Das ist ein ganz klarer Aufruf zur Zensur, der hier gemacht wird, dass es jetzt darum geht, Desinformation zu bekämpfen. Und wer entscheidet, was Desinformation ist und was richtige Information ist, die Leute des WEF und ihre angehängten Unternehmen. Ist so. Ist crazy, aber hat der gut auf den Punkt gebracht. Ich stimme bei den Jungs nicht immer bei allem zu, ne? Aber ich finde, die reden gut. Ich finde, der Bruder hat einen guten Style, hat eine gute Stimme, kann die Sachen gut rüberbringen, gut mit Elan und so. Deswegen, ich mag die Jungs. Liebe geht raus auf jeden Fall. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet schön die Ohren steif, meine Jutsten. Und ja, macht's gut. Peace out. Gang.